Hi zusammen und willkommen zu einer neuen extra langen Dreifach-Folge im Grunde von Maniac Mansion. Ist das nicht eigentlich voll cool, wie schön das gerade zu Halloween passt? Finde ich total gut irgendwie. Schöne Halloween-Stimmung haben wir hier in dem Spiel. So, machen wir weiter. Razer steht draußen, geflüchtet mit dem Paket. Da bleiben wir jetzt glaube ich erstmal ein bisschen stehen, aber wir öffnen jetzt mal. Ähm, das Paket. Einige Briefmarken sind runtergefallen. Einige Briefmarken sind runtergefallen. Was will mir das Spiel jetzt damit sagen? Ähm, öffnen Paket. Das wäre aber illegal. Was? Benutze Paket. Äh, zerbrochene Ketchupflasche. Das klappt nicht. Schließ auf Paket mit zerbrochener Ketchupflasche. Das klappt nicht. Na gut, keine Ahnung. Anscheinend ist das Paket wichtig, wir wissen aber nicht warum, aber passt schon. So, was jetzt aber wichtig ist, ist, es gibt einen Ausweg aus der Gefängniszelle, habe ich nachgelesen. Den muss ich nur finden. Wo der ist, weiß ich noch nicht. Aber jetzt gebe ich erstmal die Taschenlampe dem Bernhard hier. Und vielleicht auch die Kettensäge. Und den Schlüssel sowieso. Was passiert? What? Alles klar, schnappen wir sie. Und wie soll ich jetzt da reinkommen? Das ist die, die Kometenpolizei, die ich gerufen habe. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Okay, alles klar. Wir müssen die Kometenpolizei rufen, wenn wir das Labor geöffnet haben. Immerhin, weiß ich das jetzt. Ich hätte übrigens mal geguckt, wegen Halloween-Musik, wegen gruseliger Musik, spooky, ambient im Hintergrund, ist lizenzfrei schwer zu finden. Und wenn, dann gefällt es mir nicht. Ich wollte halt auch nicht so Klischee-Halloween. Ne, so. Ne. Naja. Nur, dass ihr es wisst. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, das Spiel hier jetzt erstmal relativ guidelos zu spielen. Ich schaue nach, wenn ich hängen bleibe, weil sonst werden das ziemlich frustrierende, langweilige Let's Plays für mich und für euch. Und, ähm, ansonsten will ich aber möglichst einfach auf eigene Faust spielen und so weit spielen, wie wir kommen. Und ja, vielleicht bleiben wir irgendwo hängen. Ja. Wahrscheinlich bleiben wir irgendwo hängen. Oder gegen Game Over oder was weiß ich was. Aber ich glaube, ich mache das so. Weil ich quasi erstmal das Spiel selber so ein bisschen erkunden will. Und dann... Loser Stein. Holy Shit. Also wirklich. Das ist krass, oder? Ich finde da... Das ist der... Es sieht auch gar nicht anders aus. Aber es gibt ja einen losen Stein. Jetzt wartet mal. Und jetzt drücke ich den losen Stein. Und die Tür ist ganz kurz offen. Dammit. Wie soll man denn da drauf kommen? Das ist ja crazy. Ja, armen, armen Menschen, die das damals als Kinder tatsächlich gespielt haben oder als Jugendliche. Ihr müsst ja wahnsinnig geworden sein, wahrscheinlich. Schnell. Schnell. Ah. Geschafft. Okay. Ähm. Schalte ein Taschenlampe. Oh nein. Wir brauchen eine Batterie. Ich hab Batterien. Benutze Batterien mit... Alte... Äh, Taschenlampe. Schalte Taschenlampe ein. Ja. Oh, das ist ja richtig cool. Aha, was haben wir denn hier? Mensch, das ist ein bisschen crazy. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo Licht anmachen, wirklich. Das ist zwar echt cool gemacht, aber damn. Auch ein bisschen unübersichtlich. Sicherungskasten. Okay, öffne Sicherungskasten. Ähm. Schalte ein Hauptschalter. Oh. Tja, keine Ahnung. Nimm Silberschlüssel. Repariere Hauptschalter. Ach so, mit. Haben wir eine alte Sicherung oder sowas? Alte Platte. Nee. Glaspinsel. Zehn Cent. Das geht, glaube ich, wirklich. Nein, das klappt nicht. Ich hab das mal... Ich hab das so im Hinterkopf. Ich kenn das aus so amerikanischen Filmen. Dass man da wirklich irgendwie Geldstücke zur Not als Ersatzsicherungen oder so nutzen kann. Was? Nein. Sind jetzt die Batterien leer? Oh, come on. Spinnt das Spiel eigentlich ein bisschen? Vielleicht finde ich irgendwo andere. Ja, aber trotzdem hängen wir jetzt hier in der Dunkelheit fest. Was ist, funktioniert scheinbar auch nicht. Kamin. Schalte ein... Kernreaktor. Kamin. Es ist zu heiß. Wo war denn da gerade ein Kernreaktor? Es ist zu heiß. Lichtschalter. Schalte ein Lichtschalter. Ah, Gott sei Dank. Puh, okay. Wow. Das war irre. Oh, das sieht giftig aus. Vorsicht. Aha, hier können wir ihn super verstecken. Man kann hier hinter die Maschine gehen. Interessant. Muss man das irgendwann mal vielleicht sogar? Oder... Ich weiß es nicht. Kamin-Kernreaktor. Die haben hier im Keller einen Kernreaktor. Einiges Remake von dem Spiel zum Beispiel oder so. Könnte ich mir tatsächlich echt ganz gut vorstellen. Öffne Kamin. Zu heiß. Wir haben jetzt auch keinen Topflappen oder... Nee. Was ist Kamin? Na gut. Das ist alles zu heiß. Aber wir haben jetzt einen Silberschlüssel. Das ist doch schon mal gut. Und ich bin gespannt, wo wir jetzt... Ah! Die Tür. Ich höre was. Ach so. Die Uhr tickt. Genau. Gut. Ein Schlüssel. Jetzt habe ich natürlich das Layout dieser Villa so gar nicht mehr im Kopf. Aber tatsächlich war doch da hinten am Ende der Küche eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Ich glaube schon. Hier habe ich mich ja dann auch auf halbem Weg relativ beeilen müssen. Nimm Kerze. Das ist zu schwer. Warum ist denn die Kerze zu schwer, bitte? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich benutze Silberschlüssel hier. Tada! Okay. Der Pool. Öffne Tor. Oh Gott. Das geht wirklich. Bleiben wir erstmal beim Pool. Ein Radio. Nimm Radio. Da komme ich nicht dran. Gehe zu Swimming Pool. Geh mal da oben an die Leiter. Swimming Pool. Leiter. Benutze Leiter. Benutze Leiter. Das klappt nicht. Habe ich irgendwas langes? Einen langen Stock oder so? Nein. Ziehe. Radio. Da komme ich nicht dran. Er kommt nicht dran, leider. Tja, dann gehe ich mal da durch das Tor. Wo sind wir denn jetzt? Garagentür. Ich schätze mal stark, dass wir die nicht einfach öffnen können. Nein. Das kriege ich nicht auf. Hey, warum kann sich der Alien eigentlich direkt in den Kerker, aber nicht gleich in die Werkstatt rein teleportieren? Nur mal so. Nur mal so. Man wird ja wohl nachfragen dürfen. Ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich hier hinten beim Pool, ne? Und da gucke ich jetzt kurz mal. Nicht, dass ich beim Pool irgendwas Wichtiges übersehen habe und ich blöd bin. Wartet mal schnell. Ja. 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 Nein. Nein. Silver Key benutzen. Auch mit, using the silver key, you pick it up earlier and walk in. Swimmingpool. Aha. Na gut, da können wir anscheinend wirklich nicht viel machen. Ich kann aber anscheinend, auch wenn ich nicht weiß warum, aber das machen wir jetzt mal, das Glas mit dem Swimmingpool benutzen. Und jetzt haben wir ein Glas Wasser. Warum? Keine Ahnung, aber gut, okay, haben wir das mal gemacht. Ha, was könnten wir denn jetzt machen, wo waren wir denn noch nicht? Öffnet der Schlüssel vielleicht noch irgendwas, oder? Ich muss mich mal noch ein bisschen hier umschauen. Aha. Lampe. Benutze Lampe. Das klappt nicht. Schalte ein. Wo ist sie denn? Die Tür wollen wir nicht einschalten. Schalte ein, Lampe. Ah, das funktioniert. Die Taschenlampe brauchen wir hier gar nicht unbedingt. Alles klar, ziemlich cool. Okay, eine Bücherei oder so. Schauen wir mal, ob irgendwo ein loses Buch für einen Geheimgang ist. Zumindest wird mir jetzt hier nichts angezeigt. Das sieht verdächtig aus. Chack die Pflanze. Lose, lose Platte. Drücke, lose Platte. Ah, da unten. Ähm. Nimm Kassette. Okay, okay, okay. Und? Nimm, woher wissen wir eigentlich, wie die Pflanze heißt? Nimm, tschack, die Pflanze. Das kann ich nicht nehmen. Na gut, tschack, die Pflanze dann nicht. Stuhl. Öffne Stuhl. Benutze Stuhl. Benutze Telefon. Scheint kaputt zu sein. Na, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Warte, warte, warte. Warte. Nicht, dass da steht, Achtung, wer die Treppe benutzt, stirbt sofort. Die Treppe ist außer Betrieb. Jetzt benutze ich sie erst recht. Ach so, er sagt, die Treppe ist zur Zeit außer Betrieb. Ha, ist das nur wieder sowas, das er nicht machen kann? Oder kann man die Treppe wirklich nicht benutzen? Das ist jetzt die Frage. Keine Ahnung. Warum kann man da nicht hoch? Reparier-Treppe. Ach so, nee. Nee, vergiss das Spiel. Ist schon okay. Oh oh. Oh, hau bloß ab, du lila Tentakel. Rühr mich nicht an. Lila Tentakel. Hör auf, mit dem Experiment zu spielen. Bring sie her. Sie ist gleich so weit. Äh, es ist gleich so weit. Lila Tentakel, es ist gleich so weit. Was ist denn gleich so weit? Ich stehe hier in der Bibliothek bei einer kaputten Treppe. Was haben wir da eigentlich gerade aufgenommen? Eine Kassette. Hm. Ups. Wir müssen ja scheinbar irgendwie zwei Schlüssel finden, damit wir das Labor öffnen können. Nehme ich mal stark an. Na komm, noch ein Stückchen. Muss ich mich nochmal überall umsehen, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was wo ist. Ah ja, hier war die seltsame Kunstgalerie. Na gut. Ich weiß ja jetzt, dass ich in dunklen Räumen mit der Was-Ist-Funktion durchaus mich durchtasten kann. Vielleicht gibt es da noch einige... Ah, wartet mal. Benutze Kassette hier. Äh, schalte ein Kassette. Okay, er nimmt auf. Oh. Das ist so ein bisschen wie bei... Ist das jetzt wie bei Sag My Cracken? Muss ich irgendein Geräusch aufnehmen? Ich habe die Aufnahme abgebrochen. Ah, warte mal. Ich habe doch die alte Schallplatte. Benutze alte Platte mit Grammophon. Und jetzt pass auf. Schalte ein Kassette. Okay, er nimmt auf. Schalte ein Grammophon. Schalte aus. Kassettenrekorder. Ich habe die Aufnahme abgebrochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Mal schauen, ob die Kassette jetzt irgendwie anders heißt. Nee, die heißt Kassette. Na gut, machen wir das nochmal. Und diesmal nehme ich sie ohne abzubrechen. Äh, schalte ein Kassette. Hallo? Hä? Jetzt geht es nicht mehr. Oh, das ist jetzt schade. Das klappt nicht. Hä? Spinne ich? Es wird noch gespielt. Erst ausschalten, dann einschalten. Okay, und jetzt nimm Kassette. Er nimmt doch noch auf. Ha, da weiß ich jetzt. Ich habe das Gefühl, ich bin hier was Wichtigem auf der Spur. Aber das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt ausschalte, bricht er wieder ab. Ich nehme jetzt mal die Kassette mit, aber ich bin mir nicht sicher, ob auf der Kassette jetzt irgendwas drauf ist. Wartet mal kurz. Ah ja, hier ist der Raum, wo wir sind. First Floor. A piano recording equipment. Na gut, der sagt, jetzt momentan habe ich keine Verwendung dafür, aber vielleicht weiß der nicht, dass ich die Kassette schon habe, der Guide. Hat der den Guide wieder geschrieben, ohne zu berücksichtigen, wie weit ich in dem Spiel bin. Typisch. Hier war, glaube ich, mindestens noch ein dunkler Raum. Genau. Was ist Tafel, Tür, Untersuchungstisch, medizinische Schild, echtes Skelett. Klingt auf jeden Fall interessant hier drin. Docs are us Diplom. Tischlampe. Gehe zur Tischlampe. Schalte ein Tischlampe. Yes. Nice. Okay. Also, was ist Tisch? Öffne. Öffne Tisch. Aha. Da haben wir was. Was auch immer das ist. Nimm es. Manuskripte. Lies Manuskripte. Liest sich wie eine Lebensgeschichte, aber es ist schrecklich geschrieben. Memoiren oder so. Ach so, das war's schon. Mehr kommt da nicht. Ah doch. Es ist von einem Meteor. Sehr seltsam. Arzt per Post Diplom und Docs are us Diplom. Ja, gut. Können wir das mitnehmen? Neun. Können wir das mitnehmen? Zehn. Was haben wir hier? Was ist Tafel? Nur eine Tafel? Hm. Na, ich weiß ich nicht. Benutze Tafel. Das klappt nicht. Benutze Untersuchungstisch. Das klappt nicht. Ah. Öffne Schrank. Dafür braucht man einen Spezialschlüssel. Das ist höchstwahrscheinlich nicht mein Silberschlüssel, oder? Habe ich schon befürchtet. Echtes Skelett. Medizinisches Schaubild. Lies Medizinisches Schaubild. Igitt, das ist ja scheußlich. Lies Medizinisches Diagramm. Knuspriger Karamellkern. Was? Ich glaube nicht, dass menschliche Hirne aus Karamell sind. Ich glaube, die sind hauptsächlich aus Fett. Und Karamell ist hauptsächlich Kohlenhydrat, denke ich mal. Insofern, ne. Ich benutze echtes Skelett. Oh, das ist gruselig. Stimmt. Unheimlich. Na gut. Dann sind wir jetzt auch nicht schlauer als vorher. Hier haben wir die ganzen Spielautomaten, die nicht funktionieren. Und jetzt gehe ich ins Obergeschoss und werde gleich wieder gefressen. Aber auf dem Nachttisch von der Tochter vom Professor ist ein Schlüssel. Aha. Den wir eventuell brauchen. Aktenschrank. Klingt schon mal interessant. Rotlicht. Ja, warum nicht? Schalte ein. Dadam. So. Tisch. Schale leer. Aha. Vergrößer. Vielleicht könnten wir hier Fotos entwickeln, wenn wir irgendwann mal welche finden oder sowas. Gehe zu Aktenschrank. Öffne Aktenschrank. Er ist abgeschlossen. Schließe auf Aktenschrank. Mit Silberschlüssel. Nein, dafür habe ich keinen Schlüssel. Nimm Schale. Kann ich nicht. Nimm Tisch. Benutze Tisch. Öffne Tisch. Nimm Vergrößerer. Benutze Vergrößerer. Schalte ein, Vergrößerer. Tschüss. Ich habe getan, was ich konnte hier. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn ich jetzt hier die Tür öffne, werde ich wahrscheinlich gleich gefangen genommen, oder? Oh Gott, 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 oh Gott. Kommt sie hier runter? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir wieder vorsichtig hoch, Bernhard. Lass dich nicht von der Krankenschwester schnappen. Die macht dich fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, Eindringling, halt, er hat mich. Was tust du hier in unserem Haus? Bist du ein Agent des bösen Meteors oder hilfst du mir, ihn zu besiegen? Ich helfe dir, ihn zu besiegen? Natürlich. Kann ich das sagen? Du sagst nichts, wie? Doch, ich weiß nicht, wie. Na dann ins Verlies, du Spion. Schade, dass du nicht auf meiner Seite bist. Ob das ein Hinweis ist, ob wir den dazu bringen können, dass wir Freunde werden. Best Buddies forever. Wer weiß. Was hat denn Razor gleich nochmal? Die hat Salat, Pepsi, alten Trudern, zerbrochenes Ketchup, verrotteter Braten, Konservendosen. Kann man die öffnen? Nö, das Paket will sie auch nicht öffnen. Einen trockenen Schwamm und Briefmarken. Aha. What the hell machen wir überhaupt hier? Frage ich mich. Was hat sie da eigentlich in ihrem Inventar? Ich gehe nochmal ins oberste Stockwerk. Jetzt, wo ich weiß, dass wir da jederzeit fliehen können, ist ja alles halb schlimm. Selbst wenn alle drei unten sind, können wir immer mindestens zwei rausholen. Ich verstehe absolut, warum das so ein super Klassiker ist. Das ist ein gutes Spiel. Ein gutes Adventure. Das macht voll... Der Aufbau, die Strukturen, das macht voll Sinn. Das ist voll gut. Okay, aber jetzt wartet mal, was ist hinter der Tür? Hier waren wir nämlich noch nicht. Grünes Zentakel und die Familien. Pflanze, Kamin, Familien, Schreibmaschine. Oder können wir speichern, sehr gut. Aber nur, wenn wir ein Farbband haben. Fleischfressende Pflanze. Spontan würde ich sagen, benutze oder gib alten Truthahn. Fleischfressende Pflanze. Dazu muss ich näher ran. Oh Gott, oh Gott, ich sterbe bestimmt, wenn ich das mache. Deswegen speichere ich mal. Hier gibt es ein Autosave-Feature netterweise durch das GAM-VM, aber trotzdem... Pflanzenfütterung. Nimm. Kann ich nicht nehmen. Gib alter Truthahn zu Pflanze. Dazu muss ich näher ran. Das verstehe ich nicht, was sie mir damit sagen will. Gib verrotteter Braten zu Pflanze. Da oben ist auch irgendwie eine Luke, oder? Luke. Öffne Luke. Ja, das habe ich mir gedacht. Benutze Schreibmaschine mit... Ach so. Mit Briefmarken. Öffne Familienporträt. Das hängt sehr fest an der Wand. Öffne Kamin. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt. Ich war jetzt, glaube ich, in allen Räumen, ne? In überall. Habe alles... Alles durchgeklickt und bin jetzt an dem Punkt, wo ich mal echt den Guide konsultieren muss. Und im Endeffekt, da ich nicht weiß, wo ich jetzt bin und was überhaupt los ist, muss ich jetzt fast so ziemlich von vorne anfangen. Also mit lesen, meine ich. Enter the house. Blablabla. Blablabla. Das haben wir gemacht. Get the silver key. Jetzt, wo man drin ist, ist es wahrscheinlich Zeit to open the first door, explore the kitchen. But I recommend getting the silver key first. Den haben wir. Light switch turned on. Stand next to a nuclear reactor. Ach so, den hätte man lesen können. Dann steht der made in Chernobyl. Hm, ja, okay. Dann eine Fuse Boxer Silver Key. The door leads to the dungeon. Ja, die Tür führt in den Kerker. Ist aber verschlossen. Man hat den Schlüssel nicht. Okay, wir nehmen den, wir nehmen den, wir nehmen den Silber Key. Dann gehen wir in die Küche. Na gut. Da werden wir eventuell gefangen oder auch nicht. Man kann anscheinend auch wirklich weglaufen. Dann steht sie aber sieben bis acht Minuten einfach in der Küche und man muss warten. Na gut. When this happens, make sure I no longer have the kid either in the kitchen or in the house hallways. Warte mal. Ach so, ja, ja. Okay, passt schon. Get the flashlight. Das haben wir. There's a microwave oven here. Brauchen wir später. Kettensäge. Hat kein Benzin. Und es gibt im ganzen Spiel kein Benzin. Die Kettensäge ist quasi absolut nutzlos. Tja, gut. Haben wir trotzdem mitgenommen. Open the fridge. Pepsi. Ach. Pepsi ist eines. Ja, ja. Das ist wirklich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist wirklich eine Pepsi. Das ist eine Markenplatzierung in dem Spiel. Verrückt, oder? Ha. Das, was wie Blut aussieht, ist in Wirklichkeit Ketchup. Und man kann die alten Batterien mitnehmen und in die Taschenlampe tun. Aber die Batterien sind alt und sie bereichen nur eine sehr kurze Zeit. Also eigentlich wurscht. Storage Room und Swimming Pool. Enter the Dining Room. Nichts Interessantes. Einfach durchgehen. Aha. Na gut. Und dann nehmen wir das Glas und die Fruchttrinks. Die andere Tür ist versperrt. Mit dem Silberschlüssel öffnen. You are in front of Dr. Fred's Swimming Pool. Ah ja, genau. Der Swimming Pool. Da haben wir das Glas mitgenommen. When you are done, walk all the way back to the hallway and go through the door on the far right. Jetzt bist du im Wohnzimmer. Genau, ein Kassettenplayer. Ohne Kassette. Gehen wir weiter. Wir nehmen die Radiotube mit. Das kann nur Bernhard machen. Haben wir gemacht. Nice. Go right. And you will spot a key hanging on the glass. Genau. Der Schlüssel an dem Kronleuchter. Interessant, aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen in einen anderen dunklen Raum. Das ist die Bibliothek. Okay. An der Treppe vorbei. Auf der steht Out of Order. Ah, das ist ein Red Herring. Alles klar. Das ist eine falsche Fährte quasi. Na gut. Das Telefon ist kaputt. Wenn du Bernhard oder Jeff hast, kann man es reparieren. Ah. Aber erst später. Momentan haben wir noch nicht die Werkzeuge. Genau. Das lose Paneel. Dort nehmen wir die Kassette mit. Außerdem ist dort Chuck die Pflanze. Ein Häuf... Ach so. Chuck die Pflanze kommt... Ja. Jetzt wo ich dran denke. Heißt nicht auch die Pflanze von Zach McCraken, Chuck? Da haben wir es schon. Wenn wir oben sind, ignorieren wir den... Warte mal. Once you've upstair, ignore the middle door. For now. Okay, gut. Take the bowl of wax fruits and the paint remover. It's tempting to try to use the paint remover on the... On the... Easel or other things. But don't do it. It won't do anything. And you will waste the paint remover. Which you need to save for later. This is one of the very few dead ends in the game. That I find rather mean. Ja, ich find das auch ziemlich gemein. Aber gut, dass ich es jetzt lese, Leute. Ich hab's schon befürchtet. Den paint remover mit irgendwas zu benutzen. Egal ob mit dem Pinsel oder was anderem. Führt quasi zu einer Sackgasse. Man kann das Spiel nicht mehr beenden. Und ja. Der Autor des Guides schreibt schon. Das ist schon ziemlich gemein. Und ja. Das ist wirklich ziemlich gemein. Weil ich mein, das ist doch in einem Adventure relativ naheliegend. Man findet einen Pinsel mit Farbe dran. Man findet einen Farbenlöser. Schauen wir mal. Kombinieren wir mal. Und dann ist der weg. Und man hat verloren. Aber das Spiel sagt es einem nicht. Nein. Das ist nicht nett. Damn it. Ah. 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 Müssen wir mal schauen. Wann wir das. Ich befürchte ja fast. Ah. Das war auch vor dem Paket und alles auf jeden Fall. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Was überhaupt los ist. Was ist denn das für ein Safe Game? Hier haben wir nur den Schlüssel bis jetzt. Hier haben wir noch gar nichts gemacht sonst. Na gut. Okay. Immerhin haben wir das Safe Game. Aber warte mal. Was ist denn das andere für ein Safe Game? Ach das ist Autosave. Das ist gerade eben. Und das war nach dem Paket. Hahaha. Okay. Dann machen wir jetzt folgendes. Im Turbo Modus mache ich schnell genau all das, was der Guide mir empfohlen hat. Warte mal ganz kurz drücke. Kobold. Ah ja. Genau. Ich verstehe. So können wir das nämlich machen. Das ist eine gute Idee. Also. Jetzt passt auf. Hilft dir jetzt nichts? Dann mache ich jetzt so weit, wie wir waren, nochmal mit Guide. Damit wir auch nichts übersehen. Im Ernst? Das gibt's ja nicht. Das ist ja voll gemein. Ich dachte, ich kann sie jetzt anlocken und weg. Na gut. Okay. Ist egal. Ist nicht schlimm. Dafür ist die Küche jetzt sauber. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Creepy. Oh Mann ey. Ist das gemein. So Sachen. So Sachen verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum sich die Entwickler damals gedacht haben. Ja. Es ist voll die gute Idee. Und dann. Wenn man diesen Farblöser benutzt. Dann ist man voll Game Over. Man weiß es nicht. Genial. Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Kann ich das überspringen? Ja kann ich. Weil die haben wir schon alle gesehen. Da sind wir in Nullkommunix wieder wo wir waren. Keine Sorge. Ich bin immer. Ach so was. Ich wirklich. Ah. Ich bin da. Ah. Ah. Früher war das nicht so schlimm für mich. Ganz im Gegenteil. Aber heute halte ich das überhaupt nicht mehr aus. Wenn ich Sachen irgendwie zweimal machen muss. Ganz schlimm für mich. Ich habe schon Spiele abgebrochen. Nur weil ich irgendwie eine halbe Stunde nochmal hätte spielen müssen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich drücke Kobold. Razor. Schnell bitte. Okay. Wo ist denn der Lichtschalter? Kernreaktor. Lichtschalter. Schalte ein. Hier können wir oder müssen wir jetzt aktuell auch gar nichts anderes machen. Ich mache mal den Sicherungskasten auf. Aber scheinbar brauchen wir das noch nicht. Und wir nehmen den Silberschlüssel. Schlüssel. Sehr schön. Ach so. Warte mal. Den Silberschlüssel kriegt jetzt aber Bernard. Und Razor stellen wir gleich raus neben dem Briefkasten. Dass die sofort das Paket klaut und damit wegläuft, wenn es klingelt. Bernhard. Du, mein Freund. Gehst jetzt in die Küche. Und nimmst die Taschenlampe. Und öffnest die Mikrowelle. Die Kettensäge können wir liegen lassen, haben wir gelernt. Du öffnest den Kühlschrank. Du nimmst den Käse. Du nimmst die alten Batterien. Du nimmst den Salat. Du nimmst die Pepsi. Du nimmst die zerbrochenen Ketchupflaschen. Hier ignorieren wir alles. Scheinbar brauchen wir das alles hier gar nicht. Dieses verrottete Essen und so. Das sind auch nur lauter, lauter kleine Red Herrings. Ohne, wisst ihr, das ist echt so schlimm. Das war schon bei Sack McCracken so mit diesem Guthaben. Weil mir wird das wirklich so Spaß machen, die Spiele in Ruhe zu erforschen und mich umzusehen. Aber ich habe so Angst davor, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Dass ich Sachen nochmal machen muss. Dass ich da einfach keinen Bock habe. Wir nehmen Tentakelfutter. Nehmen die Konservendosen. Nehmen die Fruchtzäfte. Nehmen das leere Glas. Öffnen die Tür. Benutzen den Silberschlüssel mit der Tür. Benutzen das leere Glas mit dem Pool. Ich bin hungrig. Ja, ist ja schon gut. Benutzen nochmal das Glas mit dem Swimmingpool. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten. Weil der ja jetzt ein bisschen doof. Der geht jetzt in die Küche und sucht seinen Käse. Dann bleiben wir hier draußen so lange. Ich glaube, es kommt ja eh eine Katze und sagt, was? Wo ist der Käse? Andersrum. Und dann... Schauen wir mal. Dann gehen wir zurück und erkunden weiter. Wirklich. Wirklich. Wir sind gleich wieder da, wo wir waren. Wenn man weiß, was zu tun ist, geht das so zack, zack. Zum Glück. Weil sonst wäre ich so frustriert. Aber so frustriert. Okay, der Kerl geht wieder zurück. Das ist gut. Und dann... Wo ist der Käse? Käse Luise Sudela. Als wir... Ähm... Silent Hill 2 gespielt haben, hat die Merlin erzählt, als wir die Kettensäge gefunden haben, dass es zwar eine Kettensäge gibt, aber es gibt im ganzen Spiel kein Benzin für die Kettensäge. Und dann habe ich Benzin für die Kettensäge gefunden und konnte die als Waffe benutzen. Und dann meinte sie so, Hä? Echt komisch. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Und möglicherweise hat sie das mit Maniac Mansion verwechselt. Fällt mir gerade so ein. Muss ich sie mal fragen. Aha, hier ist auch ein Kassetten-Rekorder. Ein was? Ein Kassettenspieler. Vielleicht muss ich dann die Kassette, wenn ich das aufgenommen habe, hier abspielen aus irgendeinem Grund. Und durch die Frequenz zerbricht dann der Kronleuchter und wir kriegen den Schlüssel. Ist zwar ein bisschen weit hergeholt, aber wer weiß, ne? Ich könnte es mir schon vorstellen. In jeder neuen Nacht entwickeln sie einen Plan und greifen nach der Macht in ihrem Größenwahn. Fragt mich nicht. Fragt mich nicht, wie ich da draufkomme. Ich glaube, wegen Käse. Öffnet dies. Nimmt das. Dann gehen wir auch schon wieder Ja, so kommt man zügig voran, ne? Habe ich das Gefühl. Das geht. Ja, Pinky und das Hirn. Der Pinky. Ich überlege, wie man Pinky übersetzen würde. Das ist halt ein Eigenname. Man könnte vielleicht kleiner C sagen. Okay, ah, und jetzt nehmen wir Farbentferner, den wir keinesfalls mit irgendetwas anderem kombinieren dürfen. Nicht berühren. Der Farbentferner wird nicht berührt. Der kleine C und das Hirn. Der kleine C und das Hirn. Guckst du ihnen zu? Fasst du dir an die Stirn? Der eine ist brillant. Der andere Geist ist krank. Soll ich das jetzt mal nochmal versuchen mit der Kassette? Haben wir jetzt eigentlich alles, was ich beim letzten Mal hatte? Ich glaube nämlich irgendwie im Großen und Ganzen schon, oder? Oben den Tentakel füttern kann man noch machen. Aber habe ich oben irgendwas aufgenommen oder erreicht oder irgendwie bekommen? Oder irgendwas? Weiß ich nicht. Alles umsonst, glaube ich, was wir da gemacht haben bis jetzt oben. So, jetzt pass auf. Weil Bernhard Angst vor dem Tentakel hat, kann ich auch ein bisschen verstehen. Geben wir Razer mal die Konservendosen. Ich weiß nicht mehr, was man dem füttern muss. Die Fruchtsäfte. Die Plastikfrüchte. Das war's schon. Reicht das wirklich? Ja, ohne die faulenden Braten und sowas ist es gar nicht so viel, ne? Und dann wartet Bernhard hier jetzt mal schnell und wir wechseln zu Razer. Dave ist auch nur dabei, damit er gefangen genommen wird, ne? Bis jetzt, bei mir zumindest. So, jetzt gehe ich hier nochmal alle Räume durch, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob wir irgendwo überhaupt irgendwas Sinnvolles gefunden haben. Tischlampe. Naja, für später bestimmt. Das war hier in der Schublade. Öffne, nimm. Manuskripte. Und den Medizinschrank, da kommen wir noch nicht rein. Mehr habe ich hier eh nicht gemacht. So. Hier war, glaube ich, gar nichts, oder? Der nutzloseste Raum bis jetzt. Dabei ist er eigentlich so vom Setting her der beste Raum. Damn. So, Tentakel. Fütterungszeit. Ist eigentlich hier hinten was? Ne, da kann man gar nicht hingehen. Hä? Ich kann gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Hallo, Tentakel. Gib Konservendosen zu grünes Tentakel. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Jetzt wartet mal. Ich muss jetzt echt fast mal kurz im Guide nochmal nachlesen, weil ich habe ein bisschen Angst, jetzt wo ich weiß, wie gemein das Spiel ist, dass man dem grünen Tentakel vielleicht was füttern kann, was einem dann auch wieder zum Game Over führt. Deswegen lese ich doch mal ganz kurz weiter, was hier steht. The security door. The door is different depending on the version of the game. Ach so, die Tür, die Sicherheitstür, auch die wir gerade durch sind, ist der Kopierschutz. Kommt drauf an, welche Version man hat. Interessant. Im medizinischen Labor, da waren wir gerade. Ja. Ja. Ach so, wenn man, ich verstehe, wenn man Wendy dabei hat, dann ist das ein wichtiges Zimmer, weil hier findet sie anscheinend Informationen, die für sie wichtig sind, um das Spiel durchzuspielen. Anscheinend gibt es auch verschiedene Enden, je nachdem mit wem man es durchspielt. Aber wir haben Wendy nicht, deswegen ist uns das Zimmer quasi eigentlich wurscht. Anscheinend. Genau, weil sie kann was mit dem, mit den Meteor-Memoiren anfangen. Okay. A Card Room. You do not have any quarters to play. Ich habe aber irgendwie, beim letzten Save Game hatten wir einen Quarter. Damit könnte man anscheinend in der Arcade spielen. Interessant. Gut zu wissen. Da hätte ich nie dran gedacht, dass ich das machen kann. Okay. The Green Tentacle for the first time. If you play with Bernard, you're going to need to switch to another kid, as Bernard is so scared of him, and that he runs away screaming. First, The Green Tentacle will tell you that he's hungry, and that you need to feed him. The easiest way is to give him the bowl of wax fruit. Einfach nur die Wachsfrüchte reichen ihm schon. Ah, man kann ihm entweder alles Essbare geben oder einfach nur die Wachsfrüchte. Je nachdem. Ich verstehe. Da braucht man aber auch dann den verrotteten Turkey und den Weak Old, also den alten Druthan und so weiter. Aber da kann man im Grunde nichts falsch machen. Wisst ihr was? Jetzt wartet mal ganz kurz. Ich habe eine Idee. Ich muss mal ganz kurz, dann kann ich es nämlich ohne Guide spielen. Ich muss nur rausfinden, was ich auf keinen Fall machen darf. Wo war denn das gleich nochmal? Ich finde die Stelle gerade nicht mehr. Naja, genau. Ich gucke mal kurz. Manic Mention Dead Ich will nur wissen, was ich auf keinen Fall machen darf. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Okay, das Spiel ist bekannter für verschiedene Sackgassen zu haben. Genau. Could anyone supply Genau, List, das wäre super. Ja, Es gibt kleinere Spoiler, wenn man das macht, aber gut. Die normalen Dead Ends, which will fail the game regardless of your chosen characters. Getting one kid stuck in the dungeon without the key. With none of the other kids able Ach so, wenn man es hinkriegt, ich verstehe, dass ein Kind unten in den Kerker gesperrt wird und die anderen aber die die Villa nicht betreten können, weil die Tür zu ist und keiner einen Schlüssel hat. Das geht anscheinend. Dann kann man es schon nicht mehr schaffen. Wenn ein Kind mit einem wichtigen Item stirbt. Gut, okay. Totes Kind kann man immer neu laden. Da mache ich mir keine Sorgen. Man kann anscheinend die fleischfressende Pflanze töten. Das sollte man auf keinen Fall machen. Okay. Man soll den Paint Remover nicht benutzen. Ja. Und man soll die Dimes, also die Münzen wahrscheinlich, nicht einfach so benutzen, ohne drüber nachzudenken, für was. Es gibt außerdem einige andere Aktionen, die dich davon abhalten, es mit den meisten Charakteren durchzuspielen. Okay. Also, man soll die Geduld der Meteorpolizei nicht auf die Probe stellen. Okay. Also einmal fälschlicherweise alarmieren ist okay, aber sollte man nicht zu oft machen. Man muss aufpassen, dass man den Film richtig entwickelt. Mhm. Making the Envelope unusable. Also den Umschlag nutzlos machen. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Aber gut. Das Paket nicht einsammeln darf man auf keinen Fall. Also das Paket unbedingt vom Postkasten holen, das habe ich schon gelesen. Die Briefmarken vom Paket, genau. Und das falsche Item in den Umschlag legen. Also irgendwo gibt es noch einen Umschlag, der scheinbar auch unter Umständen wichtig ist, je nachdem, mit welchem Kind man es durchspielt. Wenn du erstmal im Labor bist, gibt es keine Sackgassen mehr. Das Spiel wird auf die eine oder andere Weise zu Ende gehen. Aber vielleicht hast du nicht die richtigen Items dabei, um das gute Ende zu sehen. Na gut, okay, das finde ich nicht schlimm. Ich lese noch schnell die Antwort von wem anderen, ob wir hier noch was anderes sehen. Ah ja, gut, der schreibt noch, wenn zwei Charaktere tot sind, kann man die Puzzle nicht mehr lösen, für die man mindestens zwei braucht, ist klar, aber sterben lasse ich, glaube ich, eh keinen, wenn es geht. Use the wrong code in the steel security door and then save the game. Ah ja, genau, man kann nämlich, habe ich, habe ich, äh, auch schon gelesen, ähm, scheinbar, und man muss anscheinend noch aufpassen, lese ich gerade, dass man den Pool irgendwie nicht zu früh entlässt, oder irgendwie nicht mehr rechtzeitig auffüllen kann, oder irgendwie sowas, das ist komisch, weiß ich nicht, aber das habe ich schon gelesen, man kann nämlich mit Bernhard den Code, das Code-Panel von der Tür, bei der wir waren, hacken, und, mein Lieblingsessen, das war's, jetzt noch was zu trinken, und wenn man das macht, ist man quasi auch Game Over, kann man nicht mehr weiterspielen, dann ist es quasi kaputt, und das ist ein bisschen lustig, weil das ist quasi der Kopierschutz des Spiels, und wenn man versucht, den Kopierschutz zu umgehen mit Bernhard, dann ist man sofort Game Over, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen gemein, weil, das kann man halt auch, wenn man den richtigen Code eigentlich hat, das Originalspiel besitzt, machen, und dann ist man trotzdem Game Over, aber gut, benutzt Fruchtsäfte, ach ne, gib Fruchtsäfte, danke, so, sehr gut, hier war glaube ich gar nichts, ne, ich gehe jetzt trotzdem mal Suche nach der Lampe, verzweifelt, irgendwo hier, warte ich, gibt's doch nicht, war da hinten noch vielleicht, Tisch, ah warte, da war's, Rotlicht, Schale, Tisch, vergrüßt, das gibt's doch nicht, da, so hoch oben, ich dachte, okay, alles klar, passt schon, na gut, aber hier ist eh nichts, was wir aktuell brauchen, trotzdem gut, oh, wisst ihr was, perfektes Timing, es klingelt gerade mein Telefon, ich muss rangehen, und wir machen jetzt Schluss für heute, bis morgen, ciao.